So, und da sind wir wieder. Yay! Yeah! Kein Intro mehr. Kein Intro mehr. Hier, das ist das Speichersymbol. Wir müssen das Intro nie wieder gucken. Wieder. Das ist eine sehr beruhigende Tatsache. Find ich auch. Rest nur in drei Viertel. Ja. Red on charge. Mercy. Und die Mutter. Ah, nee, da ist die Mutter. Ja. Molly, ne? War noch so Molly, ne? Ja, Molly und Ginny. Wie heißt nochmal der Vater, ey? Äh, Arthur. Arthur Weasley. Ah, ja, genau. Warum habe ich Sand in meinem Bein? Was hast du? Ich hatte eben Sand in meinem Bein. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich habe ich hier keinen Sand. Das war aber ein bisschen anders im Film. Ich habe hier keinen Sandkasten. Fuck's neat. Jetzt was weiter bin ich gerade im Bruch. Jetzt in den ersten Teil gerade wieder. Ah, okay. Ich bin gerade da, wo sie den Häusern zugeteilt werden. Boah, Malfoy. Kann der nicht sein. Ach, du meinst, die sprechende Hut und so. Mhm. Ah, da ist er ja schon. Ja. Sind aber ganz schön wenig Schüler. Mehr Legomäckchen hatten sie nicht. Riffen du. Hufflepuff. Glitherin. Snape. Einer der gutsten Charaktere, wie ich finde. Ja. Eindeutig. Schade, dass der Schauspieler tut. Ja. Das stimmt. Das war sogar mein Einschauspieler, wo ich echt geholt habe. Weil ich den so gut fand. Ja, das war schon übel. Mhm. Natürlich sind wir alle drei in Gryffindor. Fand ich im Film auch so geil. Weißt, bei allen anderen kletscht der immer nur so ganz leicht. Und bei Harry dreht er schon komplett ab und feiert richtig. Ja, ist halt Harry. Ja, ach komm. Ah. Ah, du bist schmerz. Ich darf endlich was machen. Ich darf endlich zaubern. Ah. Ich auch zaubern kann. Wieder. Also nehmen wir hier erstmal den Schlafteil aufeinander. Ja. Okay. Wollte gleich mit dir reden. Ui. Wir müssen doch hier irgendwas bauen. Hier wackelt doch irgendwas. Oh, ich. Oh, ich. Oh, ich. Arschloch. Die nächsten, die nächsten, die nächsten gehören dir. Ja, die nächsten find ich ja nicht. Ach so. Ach doch, bestimmt. Ich glaube, wir haben da noch nicht alles für's zusammen, damit wir's zusammenbauen können. Bei mir guck ich's eben noch nicht. Haben willst du hier irgendwie alles, oder? Oh. Okay. Ich bin für ihn. Ach, wahrscheinlich können wir hier später erst was bauen. Das kann auch sein. Mhm. Okay. Hier ist auch noch ein Stammchen. Ah, Spinnweben. Money, money, money. Ja. So ist es. Bugel. Wenn's mal, wenn's, 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 wenn's echt so geil, wenn irgendwelche Objekte ernauern und zack. Ja. Graffender, Junge. Da spudeln, da spudeln die Euros raus. Ah, ich kann, ich darf Hermine spielen. Ich bin Hermine. Ach, meine zukünftige. Was? Ach, ja, stimmt, du spielst ja gerade Ron. Oh, ich hab, ich bin ne Ratte. Das ist tatsächlich, ganz ehrlich, das... Ach, du bist, ähm... Ketze. Ja. Okay, ich will wieder ich sein. Ach, danke. Ich will wieder ich sein. Aber... Das hier sieht so ein bisschen von den Ohren aus wie, äh, wie Batman eben. Ja, war aber nicht Batman. Das ist, glaub ich, irgendwas anderes. Warum geht das bei mir nicht so schnell? So, dass mein Schrank einfach losläuft und die Klamotten vom Boden frisst. Ist ja manchmal echt praktisch. Also ich bin's... Nein, okay, bei meinen Klamotten bin ich nicht ordentlich. Es gibt tatsächlich Dinge, bei denen ich ordentlich bin, aber das zählt tatsächlich nicht dazu. Ach, sagen wir's mal so, ich hab eigentlich selten Klamotten mal irgendwie so großartig rumfliegen. Wobei ich aber da nicht so gut drauf achte, ist jetzt, ähm... Ja, wenn ich mein Bettzeug in den Schrank mache, wenn's gewaschen ist, ich, äh, hau das da rein und dann ist das Thema für mich erledigt. Okay, das ist nicht unbedingt. Also normale Sachen natürlich schon, klar. Da, da bekomme ich aber nichts ordentlicher. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an Salem, wenn ich ihm Leckerlies zuwerfe. Oh, um er aufzusegen. Wie, wie heißt du doch gleich? Die fette Lady oder so? Fette Dame. Das heißt, ich fette Dame. Ja, ich bin nicht hier so fett. Ein guter ist fetter. Ah, hier. Ist das nicht einer der Geister hier? Ist der Nick oder wie er heißt? Äh, der fast kopflose Nick oder... Ah ja, stimmt, der war das. Sir... Nicholas... Bla, bla, bla. Ich hab's gerade erst gelesen, eigentlich müsste ich's wissen. Vielleicht kann ich mich nicht dran... Erinnern. Ah, man, du kannst die Fun-Dinger aktivieren, okay. Hm. Ja, ich folg dir einfach mal. Du weißt, wo's lang geht. Ja, aber ich will hier erstmal... ...erkunden. Weil wir vieles hier noch nicht machen können. Was ist denn hier in der Kiste drin, dass hier so wackelt? Äh, da müsste ein Irwig drin sein. Ah, okay, okay. Aber... Hallo. Tuch. Aber den Zauber haben wir ja noch nicht. Bäh! Schlage! Bäh! Ein Schlenkchen. Ja, der gehört dir, siehst du? Ja, es ist nicht dasselbe. Jetzt kann sie die Nacht wieder einigermaßen gut schlafen. Aua. Äh... Achso. Ja, nee, ich will... Okay, gut. Sommeln wir hier erstmal die Dinger ein. Ach, hier kann ich doch... Ja, mit deiner Ratte. Oh. Ach, Fluffy. Hm. Hm? Äh, zweiköpfiges Hundi. Harry, kommst du auch mal hinterher? Äh... Wissen heute? Achso, dafür war er gut. Alles klar. Jo. Oh. Ich hatte ihn mir nur so... Ah, sag mal. Alter, wir haben auch hier anzugesaubern, ey. Dann sollten wir den Zauberstab wegnehmen. Das tut doch auch weh. Eieieiei. Aber ich hab in der Tat vergessen, wie Spaß eigentlich diese Lego-Spiele machen, ey. Ich glaub, wir können ja... Irgendwie einfach nicht... Ist man nicht zu alt für, oder? Nee. Wie wir einfach diesen... Den Zauberstab dafür noch nicht haben. Aber ich will trotzdem alles abballern. Aber das zusammenzubasteln, ne? Ja. Den lernen wir, glaub ich, jetzt erst. Da haben wir aber noch einiges. Äh, ich sag mal. So, stehenbleiben. Voll frech. Zu zweit geht das Wesen schneller. Das Schlimmste ist, ich zauber einfach irgendwelche Leute an. Ja, unter anderem mich. Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn du da im Weg stehst. Ne, danke. Ah, okay. Da muss man irgendwas zusammenbasteln auch. Äh... Ihr bestimmt auch später, oder? Äh, ja. Jetzt versperrt sie mir auch noch den Weg, ey. Ja, wir müssen da oben zaubern. Da kommen wir doch nicht hin. Du bist so dreist. Du bist so dreist. Ja, ich weiß. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Das tut deswegen auch keiner mit mir spielen. Ach so. Und deswegen hab ich keine Freunde. Boah. Autsch. Dafür zerstöre ich hier als Hermine auch alles. Ja, super. Hermine hat Frust. Rein theoretisch hat sie an der Stelle wirklich noch Frust, weil sie hier an der Stelle eigentlich auch noch keinen Freund hat. Stimmt. Ey. Na, warte. Oh. Was war das denn? Ja, cool. Und wo überall Steine verspickt sind, ey. Überall. Es gibt kein Ort, wo die nichts an. Huch. Ey, den hatten wir doch schon mal angeschossen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Du hast mich mal wieder angeschossen und den natürlich nicht. Ja, kann auch sein. Ja. Ja. Meiner, meiner. Ja, du darfst ihn ja haben. Ich wär sowieso schneller gewesen. Ja, wir brauchen jetzt noch ein bisschen nach normalen Steinchen. Oh, die anderen hab ich verpasst. Okay. Ja, dann. Ja, wir brauchen mal ab in den Unterricht. Ab in den Unterricht, sagt er. So unwissend. Ja, nicht. Wie das hier für dich nach Unterricht aus. Hier brauchen wir wahrscheinlich diesen komischen... Äh, Lichtzauber. ...zauber da, für diese... Ja, genau. Ja, nicht. Das sind vier heiß. Da war ich nicht so gut drin, mir das zu merken. Ah, Klick, Klick. Unser erster Zauber. Wutschen und weh denn? Ja, genau. Vingarium Liviosa. So ist es. Liviosa. Das heißt nicht... Das heißt... Äh, warte, wie ging das noch? Stopp, stopp, stopp. Du hast die falsche Betonung. Das heißt Liviosa und nicht Liviosa. Ja, genau. Stimmt. Ach ja. Und hinterher kam dann hier nur von Ron... Äh, echt Leute, die ist super ätzend. Kein Wunder, dass sie keinen einzigen Freund hat. Und dann sagt Heavy, das hat sie jetzt gehört. Ja. War das nicht die Stelle? Ja, genau, das war die Stelle. Oh, Steine. Nicht normal, die Frau. Ich glaube, das wissen die Leute mittlerweile. Na gut. Hoffe ich. Das ist der Grund, weswegen man hoffentlich die Videos guckt. Aber du bist ja im positiven Sinne nicht normal. Bist du dir da sicher? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist eine Einschränkung. Oder ein Füllwort. Ich benutze es gerne als Füllwort. Ja, ist so. Basteln, basteln. Ach, wir müssen mal basteln. Nein! Nein! Warum, warum, warum macht das, warum macht das... Nicht irgendwie hier oben im Weg? Ne, jetzt. Ist doch, ist doch richtig. Ja, ja, jetzt sagst du. Ich wollte nur, dass es bei mir Klick macht. Also. Das ist perfekt und perfekt. Nimm mal. Oh. Vor allem, Harry kommt einfach mal so hoch, ne? Es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Ja, aber ich versuche, das immer perfekt hinzukriegen und ich kriege es aber nie perfekt hin. Sind dafür irgendwie Punkte oder so? Äh. Äh. Glaube ich nicht. Steinchen? Können wir aber hier... ...bauen und basteln ohne Ende. Ach, das würde ja auch Beschäftigung sein. Nicht die Story. Nein. Story wäre in fünf Minuten durch. Ne, das, das... Ja, okay, vielleicht nicht fünf Minuten, aber... Nein, man guckt sich, äh, fünfmal hintereinander das Intro an. Nein. Das machen wir nicht mehr. Junge freigeschaltet. Okay. Ah, okay, wir müssen jetzt hier so einen Ritter zusammenbauen, oder? Ah, alles klar. Okay, mach du. Wenn es zwar auf einmal, das ist schwierig. So, hier hast du meine Lanze. Huch, mach doch. Ach so, ich wusste nicht, ich hatte nicht gesehen, dass du an... Ne, du hattest vor mir. Deswegen habe ich nur auf dich gewartet. Ach so. In Gardium Liviosa. Unser erster Zauber. Ja. Geiler Stein. Geiler Stein. Ah. Ich bin glücklich. Obwohl du ihn nicht mal selbst eingesammelt hast. Ja, durfte ich ja nicht. Ging ja vom Spiel aus. Schüler in Gefahr. Schüler in Gefahr. Du musst mir nicht alles versprechen. Du mir auch nicht. Ich habe es dir vorgesprochen, nur mal so als Info. Ach so. Ah. Hallo. Wo? Wo kommst du hier hin? Ne. Wo kommst du hier hin? Da hin. Bing. Und jetzt ist der Ritter Silber. Ja. Da. Schüler in Gefahr. Wir haben auch schon wieder gerettet. Und ich fall hier runter. Brauchst du gar nicht mehr. So, nur um da hochzukommen. Oder was sollst du noch mal zaubern? Wolltest du da noch mal hoch? Lass mich doch zau... Lass mich doch zau... Lass mich doch zaubern. Nein, das sollst du anbesehen. Nein, das sollst du anbesehen. Komm her. Fressi, 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 fressi. Das scheint ihm ja zu schmecken. Ja, da müssen wir zwar noch nicht rein, glaube ich, aber... Wir haben den Weg schon mal frei gemacht. Na ja, gut. Gehen wir hin. Wenigstens etwas. Und du hast Steinchen vergessen. Deswegen bist du ja da. Ach so. Ach so. Ja, irgendeiner muss sich ja hinter mir einsammeln, wenn ich was übersehe. Dankeschön. Eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Oh, jetzt, wir sehen doch diese blöden Dinge an. Ja. Ah, wow. Es fehlen doch noch ein paar Lämpchen. Na gut, okay, mal erst mal das hier. Also, erst das lila mit Dingensbumens hier. Dann das grüne Dingensbumens hier. Und dann das. Aber ich will, ich weiß nicht, wo hier noch die anderen Lampen sind. Von diesen Kronendurchterdingern hier. Müssen eigentlich noch drei sein irgendwo. Oder der Raum geht irgendwo weiter, von dem ich nicht weiß, dass er irgendwo weitergeht. So. Äh, ja. Da hinten vielleicht? Säht das vielleicht für die mit? Okay, ne, den hatte ich schon. Säht das hier für die mit? Ich will nur mal kurz gucken. Ja, ja. Ich weiß, hier müssen wir noch nicht hin, aber... Ja, das zählt für die mit. Ja, das zählt. Ja, geil. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich es auch endlich mal herausgefunden. Nein, der letzte ist verriegelt. Das ist ein Grauen. Das werde ich doch irgendwann vergessen. Okay. Ja, wenn man so viel zu entdecken hat... Ja, du bist ja eigentlich nur Makuna, habe ich so das Gefühl. Ja. Oh, noch mehr. Oh, das war doch echt nicht raus aus dem Entdecken. Ey, was hat das jetzt hier gebracht? Ich will ja nicht. Hm. Ah, jetzt müssen wir glaube ich wieder irgendwas zusammenbrauen. Cool. Jetzt hat sie da schon wieder ihren Spaß dran, äh. Eieiei. So, dann stauben wir das alles hier mal. Ja, ich mach. Jetzt noch das Bild. Und dann... Und dann... Und dann... Okay. Hey, was hat das jetzt hier einfach nur... Hey, was hat das jetzt hier einfach nur... Hey, jetzt mal die schöne Gewitter erzeugt. Schlecht. Schlecht. Ich bin ja echt mal ein wichtiger Zuffacher. Hier muss deine Ratte wieder rein. Okay. Hier hinten. So, gib mir Steinchen. Voll der Sucht, ey. Nein, gar nicht. Den brauchen wir ja für später. Ja. Äh, ich hab jetzt halt nur die Hälfte... Ist ja recht. Ah, okay. Da unten das da, das da und das da. Okay. Oh Gott. Die Sucht ist wieder befriedigt. Ja. Hallo. Aber der Cassidy ist noch zu. Warum ist der zu? Weiß ich nicht, aber da müssen wir noch nicht rein. Der hat uns hier nämlich schon die Tür geöffnet. Bleiben wir durch, wartet auf uns. Oh. Ist das schon Halloween? Ja. Ja, ist schon Halloween. Lief zwar anders im Film, aber... Ja, Halloween. Oh, Quirrell. Quirrell. Der Stotterhannes. Wie? Der Stotterhannes. Der Stotterdolmer. Ja. Diese alle, diese alle in Panik ausbrechen. Da fällt dir jetzt bitte nicht in Panik. Ja, genau. Okay, passiert gerade genau das Gegenteil. Ja, wobei das Geile ist, wir haben schon wieder ein Part gefüllt. Und ich würde sagen, wir machen hier dann gleich weiter. Ja, gut. Ja, machen wir. Bis gleich. Ciao. Jo, bis gleich.